Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, heute ist das Neumond-Orakel dran für die Neumond-Phase jetzt im November. Ja, ich schaue mir hier mit einem Neunerblatt die allgemeinen Energien an. Das heißt, ich lege hier kein Thema fest. Ich schaue mir einfach an, welches Thema zeigt sich. Also ich lasse hier das Ganze offen, welches Thema sich hier zeigt. Und zwar arbeite ich hier mit einem Neunerblatt mit neun Kipperkarten, die ich mir gestern gekauft habe. Und zwar ist das hier dieses Kipperkartendeck. Das ist ein sehr, sehr schönes Deck. Also hier habe ich ein Neunerblatt ausgelegt. Und dann habe ich noch zwei Botschaften gezogen aus dem Mond-Orakel. Ich habe euch natürlich die Karten in der Infobox verlinkt, wenn ihr euch gerne diese Karten zulegen möchtet. Wenn du gerne bei mir eine private Beratung haben möchtest, kannst du das gerne tun. Du kannst hier eine Video-Legung, E-Mail-Legung, eine WhatsApp-Legung oder ein Telefonat mit mir buchen. Auch in der Infobox habe ich dir meine Homepage verlinkt. Und da kannst du dich einfach umsehen und schauen, welche Legung würde dir gefallen, was möchtest du denn gerne beantwortet haben von mir. Ja, ich starte jetzt los mit diesem Orakel. Also was jetzt hier in der nächsten Neumond-Phase auf uns zukommen kann. Wie immer kann das nicht auf alle Zuschauer zutreffen. Und eine allgemeine Legung, wie sie hier ist, kann eine individuelle Legung nicht ersetzen. Bei einem Neunerblatt beginne ich als erstes mit der Hauptthemenkarte. Das ist die Karte in der Mitte. Und da haben wir die Karte angenehmer Brief. Also wenn du hier mit diesem Orakel angesprochen werden sollst, kannst du damit rechnen, dass du hier angenehme Nachrichten bekommen wirst. Für welchen Bereich oder in welchem Lebensbereich hier diese Nachrichten eintrudeln werden, sagen uns die umliegenden Karten. Wir haben hier dann die Karte Militärsperson. Also das kannst jetzt natürlich du sein oder eine dir wichtige Person. Das ist einfach eine sehr autoritäre Person. Das ist eine Person, die vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht im Staatsdienst tätig ist. Polizist, Polizistin, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, was auch immer. Also schon hier eine höher gestellte Person, ja. Das kannst wie gesagt du sein oder eine dir nahestehende Person. Von dieser Person, die einfach, ja, eine sehr autoritäre Person ist, wirst du hier einen Nachrichtenaustausch haben. Das kann auch dein Chef sein, deine Chefin, ja, wer auch immer. Schauen wir einfach mal weiter. Ja, dann haben wir Angst und Stress. Vielleicht hast du hier Angst und Stress und wirst es hier in Nachrichten mitteilen. Oder eben hier diese Person hat hier Angst und Stress und wird dir das hier in schon angenehmen Nachrichten zukommen lassen. Dann haben wir die Karte. Oh, guter Ausgang in der Liebe. Also es geht hier hauptsächlich um ein Liebesthema. Ja, in der Liebe wirst du angenehme Nachrichten bekommen. Vielleicht hattet ihr viel Stress, Ängste, Stress. Vielleicht hattest du hier Ängste, Stress, dein Gegenüber Ängste und Stress. Und du wirst hier in der nächsten Neumondphase hier angenehme Nachrichten bekommen, wo es eben darum geht, wo es eigentlich darum geht, dass man dir mitteilt, wo man Angst und Stress hat. Und wir haben hier letzten Endes den guten Ausgang in der Liebe. Dann, also bis jetzt zeigt sich hier ein Liebesthema. Ja, das Liebesthema geht weiter. Wir haben hier das Bündnis. Also da geht es hier um Partnerschaft. Also alles, was mit Partnerschaften zu tun hat. Liebe Partnerschaft zeigt sich jetzt hier in zwei Karten. Hier das Bündnis und hier guter Ausgang in der Liebe. Hier hatte man hier höchstwahrscheinlich wirklich viel Angst, viel Stress. Aber das ist jetzt vorbei und es kommt hier zu angenehmen Nachrichten und eben zu einem guten Ausgang. Dann haben wir das Wohnzimmer. Also da geht es jetzt hier eben um deinen Privatbereich. Also hier kann man schon sagen, es geht hier bei dieser Erlegung einfach um das Privatleben. Vielleicht hattest du hier Angst und Stress, was deine Wohnung betrifft. Vielleicht aber auch dein Gegenüber, dass das in der Vergangenheit war. Oder vielleicht kommen wird und dein Gegenüber wird dir das mitteilen in Nachrichten. Du, ich habe momentan viel Stress im Privaten. Das Thema Partnerschaft stresst mich auch noch. Vor allem, wenn dein Gegenüber vielleicht selber noch in einer Partnerschaft ist. Letzten Endes, was auch immer der Auslöser des Stresses ist. Es kommt zu angenehmen Nachrichten. Diese Nachrichten kommen sozusagen ins Haus. Und wir haben hier den guten Ausgang in der Liebe. Dann haben wir den Diebstahl. Der Diebstahl nimmt ja immer wieder etwas weg. Jetzt kann man sagen, okay, er nimmt die angenehmen Nachrichten weg und er nimmt die Partnerschaft weg. Die Partnerschaft, die Verbindung zwischen euch wird nicht weggenommen. Denn wir haben hier den guten Ausgang in der Liebe. Hier geht es einfach beim Diebstahl darum, dass man einfach Angst hat, diese Verbindung zu verlieren. Angst hat, dass man diesen Kontakt verliert. Sollte dein Gegenüber in einer Partnerschaft sein, sagt hier die Karte Diebstahl, dass es hier höchstwahrscheinlich zu einer Trennung kommen wird von den beiden. Und du wirst hier darüber Nachrichten bekommen und das ist dann für dich der gute Ausgang in der Liebe. Bist du Single und hast hier gar niemanden im Kopf, dann kann es sein, dass dir das Thema Liebe immer wieder Angst und Stress gemacht hat, das Thema Partnerschaft immer Angst und Stress gemacht hat. Aber jetzt in der Neumond-Phase kann es sein, dass du hier eine autoritäre Person kennenlernst, vielleicht eine höher gestellte Person und du hast hier einfach den guten Ausgang in der Liebe. Also es ist egal, ob du jetzt Partner, Wunschpartner hast, ob du gar niemanden im Kopf hast. Letzten Endes geht es in dieser Neumond-Phase um den guten Ausgang in der Liebe. Egal, wie du jetzt momentan, was bei dir momentan die Situation ist. Dann haben wir das kleine Kind. Das kleine Kind kann jetzt für ein Kind stehen. Dass zum Beispiel dein Wunschpartner, wenn er vergeben ist und Kinder hat, einfach Angst hat, die Kinder zu verlieren, wenn er oder sie sich trennt. Oder es ist einfach das innere Kind, das hier einfach noch Angst und Stress hat. Das Kind steht aber auch für einen Neubeginn. Also das passt auch hier sehr gut mit der Karte, guter Ausgang in der Liebe. Und dann haben wir noch die Karte, das Haus. Also da geht es dann um etwas Höheres, um etwas Größeres. Vielleicht möchte jemand von einer Wohnung in ein Haus ziehen oder man möchte hier wirklich auch eine Veränderung im häuslichen Bereich haben. Hauptaussage dieser Legung ist einfach der gute Ausgang in der Liebe und Kommunikation. Das ist wirklich wichtig. Also jetzt werden hier wirklich einige Partnerschaften, einige Wunschpartnerschaften wieder in die Kommunikation gehen. Und es wird nach einer stressigen Zeit, nach Ängsten, nach Verzweiflung wird es einen guten Ausgang und einen Neubeginn geben. Ja, natürlich kann das nicht auf alle zutreffen. Aber für den einen oder anderen wird es dann tatsächlich so kommen. Jetzt schauen wir uns noch die Botschaften vom Mondorakel an. Und da haben wir, und ich glaube, das hatten wir schon mal, diese Karte. Du bist gut genug, Vollmond in der Jungfrau. Wir haben zwar jetzt Neumond, aber die Jungfrau ist ja so kopflastig, kritisiert, ist übervorsichtig und so weiter. Und das bist du vielleicht. Und jetzt heißt es einfach, du bist gut genug. Du sollst dir denken, du bist gut genug. So wie du es machst, so ist es richtig. Oder jemand erkennt, dass du die oder der Richtige bist. Und dann haben wir, die richtigen Antworten kommen, Vollmond in den Zwillingen. Na, was will man mehr? Das passt auch hier zur Karte, angenehmer Brief. Also es kommen hier Antworten auf deine Fragen. Jemand wird erkennen, dass du gut genug bist. Und die Antworten, auf die du schon so lange wartest, die werden jetzt kommen. Da drücke ich euch natürlich die Daumen für die kommende Neumondphase. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zu den nächsten Orakeln eine schöne Zeit. Ciao!